da kann man ja noch leute kriegen kriegt ja ich habe ja schon eingeladen auf alle mit ähnlichen fähigkeiten aber wenn keiner reinkommt ich habe ja schon beim letzten video auch in den gruppen reingeschrieben wird bock hat sich melden aber melde sich gerne wahrscheinlich ist für manche schon die voraussetzung ab 18 und mit ein bisschen vernunft schon da ist schon zu viel verlangt aber ich kann ja mal den nächsten mal noch ein bisschen öfter werbung schalten für uns vielleicht melden sich ja mal ein paar leute damit wir vielleicht mal auch ein bisschen was anderes machen können als immer das gleiche weil mal so richtig große deathmatches werden auch geheimnis richtig viele leuten auf der dringend na dann da der höchstens wenn man sich doch kann ja wieder loswerden hier war die ufo teile ich bin keine zwei meter gelaufen war der schlüsse aber bis jetzt waren halt irgendwie die der mensch ist immer bei uns am beliebtesten gruppe wahrscheinlich wir sollten den soundkracht wegkommen oder so ich habe bei dir ich habe mich drei vier mal getroffen du stehst noch und mit einem schuss bin ich da aber ich habe fast kein leben mehr ja ich habe schon gesehen aber ich habe den jetzt noch feierabend das war nicht mehr dass du dir gerne männer vorstellen sich die sachen im arsch schieben das kann ich mir vorstellen drei viermal ist er weggerollt dann hat er trotzdem verloren ob sie der daneben ich möchte mein punkt war auf dich meine auch ist aber eine gute map für uns drei hier ist ziemlich klein also da kann man sich nicht so oft aus dem weg wenn wer hier mit granaten wiederum hat du hast wieder nichts gehabt die hälfte verloren ja ich hab dich aber zweimal voll erwischt das leben am limit vergiss es vor allem einer hat sich ewig nicht drauf daran aufgehalten die scheiß granaten aufzusammeln da ist er erst daneben gesprungen dann drüber geklettert dann wieder alter jetzt falsche kaktus rein mann 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 alter schön um die ecke ich habe gewartet ich habe es gesehen wo du warst und dabei habe ich eigentlich das ausgemacht aber das mit dem dass man angezeigt wird aber ich beim nächsten mal gucken ob ich ausgemacht habe was ich habe volle energie volle panzerung gehabt und trotzdem interessiert ich habe das mit einem schuss weg ich habe was machst du warum oh oder knapp aber ich das wird mich verreckt ich bin gerade gekommen ich bin gerade respawn und alles drum und dran ich bin gerade respawn und alles drum und dran ich wisse was jeder macht ey aua was ich stehe hinter dem ding fest aua das war geil wie der weg was in dem moment der steht vor dir und er hat es mir eine waffe weg da müsste sich in den zweikampf ein ganz ehrlich ja ich komme dazu und hol mir den kill ja auch nicht ich muss nachlagen das habe ich immer auch gehabt die ganze situation ich dachte mir ich habe dich noch erwischt ich habe aber unterstützer gekriegt hast du ja weil du mich angeschossen hast aber nicht wegen den granaten die granate hat das später explodiert das ist nicht wahr zu kotzen alter du hast kaum noch leben und der kill trotzdem kriege ich den kabel einstreffer das ist nicht ich kann mich da drin verstecken ich kann mich da drin verstecken ja ja mein ding war leer ich habe mich ich habe ihn trotzdem geholt ich habe ihn trotzdem geholt ich habe ihn trotzdem geholt ich habe aber die kill des tages das kann mir keiner mehr nehmen einfach schön vom top das ist nicht wahr die sich angekommen die waffe neben am limmel ich habe leben am limmel das ist nicht wahr alter ich krieg sie nicht hin jetzt gerade mit einem schuss direkt nein du hängst bei mir fett perfekt voll in den tauler rein mit dem gesicht voll gegen das metal gekleid das ist doch nicht da wieso kriege ich immer einen schuss ich stehe mich mit einem schuss das ist jetzt der dritter vierte hintereinander weil ich auf den kopf ziele kev bei mir genauso interessiert das nicht alter meiner biegt sich immer so nach hinten schon wieder der gleiche das kommt mich gerade an ich verliere deswegen ich war 13 zu 15 zu 14 oder 15 zu 13 weg und krieg jetzt vier kills hintereinander wie so einer gleichen scheiße jetzt verlierst du das ding noch am ende hör auf dich zu bewegen jetzt hab ich dich bor dir den killachtet in der wegdrehung und entschieden das war ich euch beide noch gut aber wie gesagt drei vier stücke miteinander wo ich echt mit drück gefallen bin aber ich bin erster wollen wir noch eins machen und dann vielleicht man anderen muss noch mal gehen und die rennen oder so das können wir machen danach suchen uns man schön deswegen habe ich auch gewonnen weil ich 1 0 habe und du bist öfters gestorben und das 19 19 tote und das bei kanälen machen was ich aber auch demnächst machen werde ist weil das geht nicht jetzt kart rennen erstellen du kannst nämlich die dinger jetzt im editor benutzen mit dem kock hat ja dann werde ich uns mal ein paar lustige kleine kart rennen erstellen ich sehe ich wiederkommen am besten mit dreifachen looping mit einer bande damit du nicht rausfallen kannst und dann geht er so 80 meter 80 looping zu nebeneinander und das war richtig durch ich bin bereit bist du bereit wir sind bald richtig zugrippieren so ich start noch mal paar random sein ja dann kommen wir uns nachher doch noch mal irgendjemanden suchen online zum kleinen krieg ja die frage ist ob der kumpel gleich noch kommt ja die frage ist wir sind wohnheit 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 Was ist er, was ich jetzt das? Was ist das? Hm? Hm? Ich bin einfach nur froh, dass heute Bobber stattfindet, weil wie gesagt, nächstes Sonntag könnte schwierig werden. Nein. Warte auf, auf ein neues. Let's go. Das ist nicht wahr. Die zwei haut euch aber auch mal als erstes auf die Fresse. Eigentlich schon, ja. Aha. Ich hab's schon kommen. Was ist das? Das ist nicht wahr. Ey, warum mich nicht? Voll auf die Nase, Alter. Ja, aber bei mir fällt der dumm. Der Auftrag ist scheiße gerade bei mir. Aua. Ich weiß gar nicht, dass ich rückwinden darf. Ich kann überhaupt nicht rein in das Match. Ich hab da keine Kills. Alter! Hahahaha. Du bist erschrocken. das ist schon wieder nicht wahr du überlebst das natürlich und ich fall um meiner stirbt und hält auch so die knallen richtung in richtung so durch das war auch von mir herzhaft ja gefahren Ich werde es gnadenlos verlieren. Hä? Oha? Ich bin voll in Zeitlupe gefallen. Crazy. Der nächste. Der nächste. wenn ich mir nicht mehr gut geschrieben welcher der erzählte eine eine ist mir jetzt umgefallen weil ich drauf geschossen hat sie mit der nicht gut gezogen nicht geben sagt die ohne welche so genanlos verkackt nicht weiter legt bei mir durch die märkte ja ich habe aber nicht an ich hab mir einen stream und ich hab mir eine entwicklung bekommen auszeichnung gibt es auch auszeichnung das ist nicht wahr das interessiert den nicht dass da die runde machen überhaupt keinen spaß gerade weil du nur stoppst keine kills ja klar nach genau jetzt mal irgendwas da wird sich weiterzielt ich laufe hier rum und jetzt schilder und dreht sich um tötet mich in einem schuss ja gut ich hab Testarone drin Das war's. Au! Au! Keine Chance Ja, ist klar F*** dich doch, ey Du kannst nichts machen hier Du bist nur am Respawn Oh, das war ein Headshot Weiß nicht klappt, das viel geht um den Decker Ja auditorium Au! 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 Au!Rear activated Du bist der Schre�도 Die 3 Kuck! Kuck! Was ist das? Verkackt. Aber übelst verkackt. Keine Kills, nichts. Ne, meine Runde war es nicht. Ich hätte auch stehen bleiben können, da es genau das gleiche gebracht hätte. Habt ihr eigentlich gesehen, was alles im Angebot ist, aktuell? Also bei Warstok zum Beispiel? Die Jets und die Helikopter? Ne. Die haben sie gut gesenkt vom Gateway. Untertitelung des ZDF für funk, 2017